Hallo, Daniel. Wie geht's? Hallo, Tina. Gut, danke. Was machst du? Ich bin zu Hause. Ich koche gerade etwas zum Mittag. Was kochst du? Ich mache Bigos. Das ist eine polnische Spezialität. Und du? Was machst du? Ich muss arbeiten. Ich bin im Büro. Du, ich möchte am Freitag tanzen gehen. Kommst du mit? Tanzen? Ja, das tönt gut. Wann und wo? Super. Also am Freitagabend um 21 Uhr macht die Disco die Türen auf. Sagen wir, ich hole dich um Viertel vor neun ab und dann gehen wir zusammen in die Disco. Ja, super. Ich wohne an der Schellenstrasse 47 im dritten Stock. Schellenstrasse 47 im dritten Stock. Hallo, Daniel. Wow, du siehst sehr hübsch aus. Das Kleid passt sehr gut. Oh, danke für das Kompliment, Daniel. Hier bitte. Ich habe noch Blumen mitgebracht. So süss. Vielen Dank. Ich werde die Blumen kurz in eine Vase stellen. Dann können wir gehen. Gut, ich warte hier auf dich. Oh nein, es gibt schon eine Warteschlange vor dem Eingang. Das ist doch kein Problem. Das bedeutet, dass es heute eine gute Party gibt. Stimmt. Aber ich stehe halt nicht gern an. Siehst du den Türsteher dort? Der ist aber gross und muskulös. Ja, wirklich. Der ist riesig. So, wir können gleich rein. Es stehen nur noch zwei Personen vor uns in der Reihe. Die Nächsten können rein. Bitte den Ausweis zeigen. Komm, wir gehen zuerst an die Bar. Was möchtest du trinken, Tina? Einen Trink? Ich nehme einen Wodka Blau. Hallo. Ja, was möchtet ihr trinken? Also, ich nehme eine Cola und sie trinkt einen Wodka Blau, bitte. So, hier der Wodka und die Cola. Das macht 23 Franken, bitte. Hier, bitte. 25. Das stimmt so. Danke. Hier dein Wodka Blau, Tina. Danke, Daniel. Ich bezahle die nächste Runde. Ich liebe diesen Song. Ja, ich auch. Die Musik hier ist super. Wie heisst der DJ? Das ist DJ Melinda. Sie legt hier jeden Freitag auf. Yeah! Woo! Das war wirklich toll heute, Daniel. Ja, ich fand es auch super. Es ist aber schon spät. 5 vor 2. Welchen Zug nimmst du? Ich nehme die S2. Ah, dann können wir ja zusammenfahren. Tina. Tina. Tina! Ja? Deine Haltestelle kommt gleich. Oh, ich bin eingeschlafen. Entschuldigung. Kein Problem. Du bist auch sehr hübsch, wenn du schläfst. Du gefällst mir sehr. Der Abend war schön. Ich mag dich sehr. Danke für das Kompliment, Daniel. Ich mag dich auch. Du bist sehr süss. Ich liebe dich, Tina. Ich habe mich in dich verliebt. Daniel! Der Zug hält. Ich muss dich jetzt küssen. Oh! Das war so schön. Ich muss jetzt aussteigen. Ich rufe dich morgen an, Daniel. Danke für den schönen Abend. Gute Nacht! Gute Nacht, Tina. Ich bin sehr glücklich. Wann soll ich dich abholen? Wann soll ich dich abholen? Wann holst du mich ab? Wann holst du mich ab? Wo treffen wir uns? Wo treffen wir uns? Ich muss noch duschen. Wir müssen noch anstehen. Wir müssen noch anstehen. Du siehst sehr hübsch aus. Du siehst sehr hübsch aus. Das Kleid steht dir gut. Das Kleid steht dir gut. Es gefällt mir. Es gefällt mir. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Liebst du mich auch? Dein Lächeln ist süß. Dein Lächeln ist süß. Du trägst ein schönes Kleid. Du trägst ein schönes Kleid. Du trägst du mich auch so. Du trägst ein schönes Kleid. Du trägst einейes Kleid. Du trägst eine sehr hübsch aus. Du trägst ein schönes Kleid. Du trägst ein kompl créd. Du trägst ein처� feminismen! Aber nehmen sich schon. Ich glaube. Gün doch bitte Baba Control. Du trägst ein bisschen lockerer.